Das ist ja schon auch so klein, dass sie etwas ungewöhnlich ist. Sie hat anstelle von vier Seiten, hat sie fünf Seiten. Und anstelle einer Schnecke hat sie ein wunderschönes Seepferdchen. Und das Allerbeste an ihr ist mein Freund, Ralf Müller, hat mir diese Geige gebaut. Ganz allein für mich. Seine allererste Geige. Und die ist die Abflugstmalle. Ihr werdet es hören. On the water. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik